Hallo, ich bin Jenny, Mutter von einem anderthalbjährigen Sohn, der mittlerweile schon 14 Kilo wiegt. Und für ihn, so wie für mich, habe ich mir das Ivy-Tuk besorgt. Dieses kann man nämlich als Tuch selber um den Hals tragen, sowie als Trage umfunktionieren. Ich habe es mir in einem Design geholt, welches sich leicht mit meinen weiteren Outfits kombinieren lässt, also welches sehr gut zu mir passt. Und sobald der kleine Mann nicht laufen möchte oder unbedingt auf meinen Arm möchte, funktioniere ich das Tuch einfach um und trage ihn. Also diese Situationen kommen häufiger vor. Beim Einkaufen beispielsweise möchte er dann nicht mal in diesem tollen Einkaufswagen sitzen, sondern dann auf meinen Arm und ich bin noch gar nicht mit dem Einkaufen fertig. Zack, wird er einfach in das Tuch gesetzt und ich habe immer noch beide Hände frei. Des Weiteren habe ich auch noch einen weiteren, einen großen Sohn und der hat ja auch manchmal Bedürfnisse und will geschaukelt werden beispielsweise. Und ja, damit alle entspannt sind und jeder seinen Willen kriegt, ist dieses Ivy-Tuk für so viele Situationen einfach perfekt für uns. Ich habe es entweder, trage es um den Hals oder habe es in der Handtasche oder im Auto, aber es ist so leicht und passt überall rein, dass ich es einfach immer dabei habe und irgendwie bleibt der Buggy seit Tagen und Wochen stehen und ich habe nur das Ivy-Tuch dabei. Sollte der kleine Mann aber manchmal da in dem Tuch auch einschlafen, was sehr häufig vorkommt, weil er es sehr gerne mag, lege ich ihn aber um, weil in zwei Stunden kann ich ihn halt auch nicht tragen. Aber letzten Endes ist es wirklich täglich im Gebrauch, hätte ich nie gedacht, eine sehr tolle Erfindung für mich.